3 in die Mitte, komm Oh da oben Oh ja Oh ja 8 Spins 300 Brust Bins, äh 600 Brust Bins Okay Der ist sehr gut Und der kann sehr krass werden, wenn wir den Multi jetzt mal ausbauen Komm mal Wir haben ne Auszahlung, soviel steht das Wir müssen die Multis ausbauen, ganz ganz wichtig Wir haben 8 Spins dafür Je nachdem wie er sie ausbaut, kann das hier sehr krass werden Prinzipiell ist erstmal scheißegal, wo er die Wides landet Hauptsache er landet irgendwo welche, weil sie überall den Multi pushen will Je nachdem wie er sie landet, kann es auch vielleicht noch zu einer zweiten Wildline oder was auch immer Hey Lendo Das ist auf jeden Fall schon besser als die andere Wildline, die wir hier im Stream hatten, ne Das ist es schon in In 2-3 Spins Okay komm, Wilds irgendwo Das ist echt wichtig, dass wir jetzt noch Wilds irgendwo treffen Es sind 600 Brust Bins, momentan Wir kommen hier auf jeden Fall auf, wenn keine Wilds mehr kommen sollten, so 5.000 Euro, was er jetzt sagt So um die 6.000 Euro, so um die 6.000 Euro, das ist safe Mit mehr Wilds, wird's mehr Zumindest ein Wild irgendwo noch treffen soll, sagen wir mal keine Ahnung, weil zu 4, weil zu 5, egal wo im Prinzip, würde die Sache halt gleich verdoppelt Zumindest ein Wild as Mario Cebu Dann Achim Liebe Spins Irgendwoväits Bitte Evangelium Jens Ahhhhhhhhhhh Wie geht's? Ein bisschen mehr Wiles bekommen Ja, einfach noch 3 Wiles, Jepfinger, du bist doch auch schon wieder in der Traumwelt, ne? 3 Wiles, weißt du dann, wer Hammer kostet, wenn er die Mails noch 3 Wiles macht? Aber... Möglich ist es definitiv mit 6 Wiles noch Wichtig wär halt, dass wir wenigstens 1 Wiles jetzt mal irgendwo treffen Ich mein, selbst wenn es Wiles zu 2 wäre, was... Offensichtlich am wenigsten bringen würde Es würde die Sache dennoch um die Hälfte noch mal besser machen, wie es wäre Ist schon mehr als die Hälfte, genau Wenn gar nichts mehr kommen sollte, ja? Dann kommen wir schon auf 5,7 oder so Wiles! 4 Wiles! 5 Spinks, ne? Hanfa, 7 Doch, 5 12 Also heute ist ein guter Tag, halten wir das mal fest, ne? An hier ist soviel Potential noch drin, er muss die Multis pushen. Lass ihn in Apache oben machen, wir haben 4er Wild und wir haben die Vollreihe, beides mit Night 4 und haben die Möglichkeit direkt auf eine weitere Wild. Das wäre nice. Master Robo, ich werde nicht klicken, auch wenn du es in Cap schreibst. Mach! Okay, Upgrade, sind schon 900 Jena drin. So Aufmerksamkeit. Untertitelung. BR 2018 Wie gesagt, Master Lobo, ich werde nicht klicken. Wir haben auf jeden Fall über 7.000 garantiert. Wenn nichts mehr kommt, 7.3, 7.4, doch 1.80. Kommt noch ein weiter irgendwo, damit die Sachen schon deutlich passen. Irgendwo ein Wild, bitte. Ja, ja, das können Sie auch. Ja, ja, das können Sie auch. Auf jeden Fall schön. Ja, wäre nice der Killer, ne? Ja, Mike, ein Anblick, den man nicht jeden Tag hier sieht. So, Ete, wolltest du zu mir noch irgendwas sagen oder so? Drei Spitz, ein Wild irgendwo, bitte. Oh, nee. Ja, ja. Ja, ja. Du brauchst mir nichts anmieten. Du brauchst mir nichts anmieten. Du brauchst mir nichts anmieten. Ja, Adok, ich glaube, die Statistik diesen Monat sieht nach den heutigen Auszahlungen wieder etwas im Gleichgewicht aus. Ja, so sieht's aus. Ja, so sieht's aus. Ja, so sieht's aus. Aktiv, Adria. Wir haben vorhin 6300 Baus gezahlt. Okay, letzter Spin. Abschlusswalt. Nein. Na gut. Ach, entblickend. 7423 auf 1,80. Etwas mehr als 4000 Mal. Ja. War in Ordnung, wa? Nur noch ein Walt dazu gekommen, aber war in Ordnung. Wir hatten vieles...